Moin moin, meine Lieben, was geht? Ich bin's wieder, ich bin hier im Stand mit einer roten Folge Südheimern. Let's go! So, wo haben wir was stehengegeben? Einer beim Ballenpresser? Das ist wohl nicht. Let's go! Let's go! Wir müssen die beiden sammeln, oder? I will am Ball rein. It's you. So Leute, ich bin ja mal gekommen, ich schreibe die Woche oder so, meine Woche war relativ unkrankt, am Tag uns mal gearbeitet, ich bedanke mich dann auch den Kollegen da heute, mit seiner Bude, und dann habe ich noch nicht schrauben oder was, und am Abend ist mein Kollege Sagen wir schon wieder, wir sind alle wieder verbunden, ich weiß es noch nicht, am Tag ich gut be believed, schon auch ich gut. Sehr schön, schau nie die, 4, 4, 3, 4. Ich habe noch eine Frage, ein paar Röber, ein paar Röber, ein paar Röber. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich kann die Ballen mal einsammeln hier. Ob ich auch einmal fahren muss oder nicht. Mal schauen. Tolle Ballen hier sind wir eigentlich auch. So, wir haben ja mal ein Strohballen. So, hier ist das. So, wir sind hier mal ganz. Oh, oh oh. Oh, oh. So, wir werden hier noch nicht beendet. So, wir gehen dort mal. Wir gehen da mal einem. Woh, oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 All right. Das war's für heute. 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 Jetzt werden wir erstmal roten. Dann haben wir die ganzen Beine eingesammelt. Dann können wir jetzt in die nächste Folge. Endlich ist das wieder viel Platz für die Beine. Einen Gericht dann die Beine im ersten Mal machen. Okay das hatte ich den Anfang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020